Hallo, ich bin's wieder, Gaby Fastner. Herzlich willkommen zu unserem Adventskalender 2023, Türchen Nummer 2. Heute wollen wir unser Herz-Kreislauf-System aktivieren, Schritte machen, Fett verbrennen, Energie verbrauchen und hoffentlich Spaß haben. Also mach so mit, wie es für dich geht. Du kannst jederzeit zwischendurch einfach nur so ein bisschen am Platz in Bewegung bleiben und dann wieder einsteigen in unsere gemeinsamen Schritte. Auf jeden Fall richte dich auf, Brustbein anheben und wir machen uns ein bisschen warm. Beine hüftschmal geöffnet, Knie etwas durchlässig und du beginnst ganz klein, beugst deine Knie und lässt die Arme schon so ein bisschen mitschwingen. Rechts und links, neben deinem Körper. Denk an die Krone auf deinem Kopf und denk an die Atmung. Brustwirbelsäule dreht sich. Mach weiter, ich komme zu dir. Nochmal. Ruhig auch größer werden. Weiter in die Bewegung. Und dann schwingst du die Arme nach vorne. Rechts, links. Diagonal nach oben. Genauso weitermachen, nur deine Beine nimmst du jetzt ganz leicht in die Grätsche. Arme schwingen weiter. Links, rechts. Schau mal, dass die Knie Richtung Fußspitzen nach außen zeigen. Sehr gut. Und deine Beine treten jetzt. Rechts, links. Einfach von der Fußspitze auf die Ferse treten. Arme werden kleiner. Hin, her. Hin, her. Genau. Genauso weitermachen. Ich zeige dir mal was. Ein Schritt. Versuche jetzt einen Schritt zu machen. Rechts und links. Einfach an den Fuß antippen. Und deine Arme, die zeichnen einen lachenden Mund. Rechts, links. Hin und her schwingen. Zwei Schritte nach rechts. Zweimal. Zwei nach links. Nach rechts. Und vielleicht kannst du hier so einen kleinen Kreis zeichnen. Eins, zwei, drei. Tap. Ein. Gut. Nochmal. In. Klappt. Vier Stück noch. Vier. Drei noch. Zwei noch. Und jetzt nochmal einen Schritt. Einen. Hin. Her. Und jetzt zwei. Einen. Hier bleiben. Und zwei. Einen. Super. Zwei. Einen. Zwei. Einer bleibt. Einer. Hier bleiben. Arme lockern. Und nochmal. Fußspitze. Ferse. Und das Ganze doppelt so schnell. Das heißt, du gehst. Genau. Gehen. 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 Füße schließen. Nochmal öffnen. Schließen. Nochmal öffnen. Schließen. Öffnen. Klappt soweit. Wenn nicht, ist es egal. Einfach weitergehen. Ganz egal. Wenn du möchtest, öffnen und zu mir vor. Und zusammen. Und wieder zurück. Nochmal zu mir. Schau mal. Zusammen. Und zurück. Vor dem Gesicht. Na unten. Öffnen. Zu mir. Zusammen. Klein werden. Und öffnen. Ganz groß. Zusammen. Nochmal. 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 Zusammen. Zusammen. Zweimal noch. Konkon. Zusammen. Hier bleiben. bleiben, gehen und jetzt tippst du im Wechsel nach vorne rechte Fußspitze, linke Fußspitze hin, her, hin, her schau mal, der Oberkörper geht leicht in die Bewegung mit die Brustwirbelsäule dreht sich jetzt, jetzt du tippst einfach weiter und wir versuchen Arme mitzunehmen also rechts tippt, linker Arm links tippt, rechter Arm muss überhaupt nicht sein wenn du möchtest, probier es Arme nach vorne und noch mal zur Seite gut noch mal nach vorne jetzt bleibst du mal da schau mal, was ich mache wenn die Arme nach vorne gehen dann tippe ich zur Seite gar nicht so einfach macht nichts wenn die Arme, Beine vorgehen dann gehen die Arme zur Seite oh oh probier es bisschen was für unser Gehirn verknüpfung beider Gehirnhälften tap zur Seite genau und die Arme gehen vor tap nach vorne super 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 noch vier drei noch mal zur Seite tippen noch mal nach vorne komm komm vielleicht auch ohne Arme und super noch mal nach vorne je öfters man es macht umso besser geht es oder so einfacher wird es Seite tippen noch mal vor und hier bleiben ganz ohne Arme einfach weiter tap 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 kick nach vorne kick und rück kraftvoll nach vorne kicken wie geht es den Puls geht schon ein bisschen höher jetzt die Knie hoch hoch nur so hoch wie du immer noch ganz aufgerichtet stehen kannst wenn es geht Rillbogen gegenüberliegend Richtung Knie durchhalten noch mal kick 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 rück die Arme in der Acht mitschwingen vielleicht fährt Knie hoch Ellbogen noch mal Kick Knie hoch Knie hoch super Knie immer noch nach vorne zeigen kleiner werden mit den Armen und neben dir vor und zurück pendeln so wie am Anfang ganz entspannt warm ein bisschen warm geworden jetzt streck die Arme nach oben zieh dich lang trete mit deinen Füßen rechts links Handflächen Handrücken in alle Richtungen dich ziehen locker die Arme aus schüttel nimm ein Bein nach hinten jetzt Fußspitzen in eine Richtung und du schiebst hier Ferse tief hoch Fußgelenk mobilisieren Wadedehnen vier noch vier drei halte unten und zieh ganz leicht nach vorne halten und wieder wechseln anderes Bein Ferse hoch tief Fußspitzen in eine Richtung halten und ganz langsam vor vorne halten und lösen lass die Schultern locker zurückkreisen fleißig atme ein nach oben und aus ein aus ein letztes Mal ein öffne deine Arme halte hier zieh die Ellbogen zurück aufrecht viele Schritte gemacht Energie verbraucht aufgerichtet einatmen ausatmen löse sehr gut vielen Dank für das mitmachen fleißig wenn es dir gefallen hat natürlich freue ich mich über einen gefällt mir hier unten über netten kommentar unten wenn du Lust hast sei morgen bei Türchen drei schon auch wieder dabei lade vielleicht auch noch Freunde Freundinnen ein sich mit uns zu bewegen findest übrigens die ganze Playlist Adventskalender 2020 23 da oben bei dem Infopunkt und du findest sie auch in den Playlists auf meinem YouTube Kanal abonniere meinen Kanal das ist kostenfrei und vielen vielen Dank wenn du Lust hast meine Arbeit wert zu schätzen den Link würdest du unter dem Video finden da steht deine Unterstützung wenn du da drauf klickst dann kannst du auswählen ob du mich zum Beispiel mit 2,50 Euro mit 5 Euro mit 10 Euro mit 20 mit 50 im Monat was es dir halt wert ist unterstützen möchtest vielen Dank auch an die die mich schon unterstützen wenn du Lust hast also freue ich mich bis morgen oder bis dann